Aber hast du das Placement von meinem Mienwerfer gesehen, der war schon krass, oder? Ja, es war auf jeden Fall echt ziemlich gut, okay. Zapp ich an der Stelle einfach mal, damit's... Hi! Heute gibt es mal wieder die Epic Sunday Challenge und ich hab mir heute den lieben Niklas geschnappt. Hey Leute! Und Niklas erklärt euch jetzt mal ganz kurz, wie genau es funktioniert. Und zwar nehmen wir auf jeden Fall alle sechs Karten aus dem Epic Sunday Shop und tun die in unser Sack hinein. Und die zwei Karten, die dann noch übrig bleiben, können wir uns selber ausruhen. Und ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ob du vielleicht sogar eine legendäre Karte heute im Shop hast. Ja, ich bin auch mal gespannt, was du so drin hast. Es ist ja mal ganz lustig, so im ersten Fall zu sehen, was der gegenüber so in seinem Shop drin hat. Ich würde einfach mal sagen, wir können jetzt beide mal schon mal unser erstes Deck erstellen und dann sehen wir uns gleich im ersten Fight. So, mein Deck sieht jetzt wie folgt aus. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was du jetzt zu den beiden Karten sagst. Das sind meine variablen Karten. Und ich würde einfach mal sagen, wir gehen jetzt erstmal in den gleichen Clan sind wir ja noch gar nicht. So, dann sind wir jetzt auf jeden Fall hier im Fight. Ich bin wie gesagt gespannt, was du jetzt hier in deinem Deck drin hast. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab jetzt nicht so das Beste ge... Alles klar, Minenwerfer. Oh, oh lol. Ja, okay, du hast den Inferno. Das ist auch fies, ey. Naja, schlimmer wäre es, wenn du jetzt irgendwie den X-Bogen oder sowas drin hättest. Nee, den X-Bogen hab ich nicht drin. Jetzt nehme ich hier mal den Babydrachen gegen die ganzen Sperrkobolde. Und es sieht ja noch relativ ausgeglichen aus. Ich glaub, du hast keinen mit dem Minenwerfer bekommen, ne? M-m, den hast du ja sofort mit deinem Inferno gekontert. Ich musste leider den Minenwerfer mit reinnehmen. Ich mag die Karte eigentlich sonst gar nicht. Doch, ich mag die voll. Echt? Spielst du den gerne? Nein, nein. Ja, okay, ich dachte grad schon, ey. Jetzt wär's natürlich lustig, wenn du den X-Bogen hättest. Aber ich hab auf jeden Fall... Oh, jetzt hast du da schon ganz gut was am Start mit den beiden Prinzen. Aber ich denke mal, meine Sperrkobolde sollten die noch eigentlich... Okay, Niklas. Ja. Ich nehm alles zurück. Hat er doch noch ganz gut gemacht. Aber ich denke mal, hiermit sollst du jetzt ein kleines bisschen überrascht werden. Außer du hast jetzt irgendwie... Ähm, ja, auf jeden Fall, okay. ...Pfeile oder sowas drin. Aber du hast ja gerade deinen Zap benutzt. Konnte ich jetzt nicht so gut verteidigen. Ich hab auch nur den Zap in meinem Deck drin. Und sonst halt Double Prince, was du schon gesehen hast. Auf jeden Fall hab ich halt die Princes gerade im Shop. Ich weiß nicht, du hast, glaub ich, gar keine legendäre Karte, ne? Äh, doch, ich hab den Ice Warrior mit drin. Aber kann ich dir schon mal sagen, der war bei mir nicht im Shop. Den hab ich noch als Variable Karte mit reingenommen, ja. Okay. So, ich glaub, ich mach's jetzt erstmal... Ah, Doppel Prince. Ja, ich denk mal, die werden jetzt eh meinen Turm holen. Genau, da muss ich jetzt erstmal gucken, dass ich gleich mal zusehe, dass ich deinen Turm dann wenigstens dann auf der anderen Seite bekomme. So, okay, deine Princes ist da auch noch mit am Start. Ah, da läuft jetzt mal ein kleiner Bomber erstmal hin. Na komm, kleiner Mann. Oh nein, das ist sogar noch überlebt. Richtig gut auf jeden Fall. Hm, da muss ich jetzt mal kurz mein Musketier einsetzen und vielleicht nochmal den Eismagier dazu. Und dann werd ich mal hier auf der anderen Seite zusehen. Okay, schon wieder Doppel Prince am Start. Und ich denk mal, genau, da kommt der Sepp. Den hast du ja grad noch nicht eingesetzt. Die Prince ist da auf jeden Fall richtig viel Schaden gemacht. Die hat irgendwie richtig lange überlebt. Ja, der hat wirklich lange überlebt. Das war ganz gut gemacht. Kann das sein, dass du keine Pfeile hast? Ja, stimmt. Mir fällt grad auf, ich hab gar nichts irgendwie, was ich jetzt hier zum Beispiel gegen deine liebe Minion-Horde machen kann. Aber, na, auf der anderen Seite hast du halt auch den Inferno stehen. Da komm ich auch nicht wirklich gut durch. Muss ich jetzt mal gucken, wie ich das Ganze hier noch mache. Aber, na, okay, der Kampf ist jetzt eh vorbei. Vielleicht hätte mein Minion-Horde jetzt noch ein bisschen Schaden machen können. Aber du hast jetzt meinen Turm schon relativ früh am Anfang geholt. Ich würde einfach mal sagen, ich muss mein Denk nochmal auf jeden Fall ein bisschen anpassen. Da fehlen irgendwie die Pfeile oder sowas. Aber ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns gleich im nächsten Fight. Okay, ich hab jetzt meine beiden variablen Karten nochmal komplett ausgetauscht. Ich hoffe jetzt mal, dass ich damit ein bisschen besser gegen deine Doppel-Prince-Kombo ankommen sollte. Ich hab jetzt nochmal diese Karte hier mit reingenommen. Und er hat genau die Konter-Karte mit drin. Mist, hast du die, Valkyrie? Ja, ich hab meine Decken mal ganz leicht angepasst. Ich dachte mir jetzt so, ja, du wirst jetzt bestimmt die Pfeile mit reinnehmen. Deswegen hab ich die Minion-Horde jetzt halt rausgetan. Ja. Aber ich hab jetzt so direkt gar nichts gegen die Minion-Horde mit reingenommen, weil ich da ja eigentlich den Eismagier drin hatte, der da ganz gut was gegen gemacht hat. Aber, ja, jetzt hab ich hier grad echt nichts gegen die Luft. Ich kann grad eigentlich gar nichts machen. Das ist jetzt ein bisschen doof. Jetzt muss ich hier irgendwie mal die Princess zusehen, dass sie da mal wegkommt. Die Princess überlebt wieder richtig, richtig lange. Okay, ist jetzt leider gestorben. Verdammt. Aber wie gerade eben. Die beiden krassesten Karten gegen die Barbaren hast du jetzt hier grad am Start. Das ist echt. Holt ja schon wieder sich direkt hier mit den Doppel-Prince meinen Turm. Hast du beide Prinzen im Shop drin gehabt oder hast du die ergänzt? Ich hab nur den normalen Prinzen im Shop gehabt und hab jetzt halt noch den Dark-Prince dazu getan, da ja Pekka-Double-Prince eigentlich echt ziemlich stark ist. Okay. Jetzt ist hier wieder dein Minion-Würfer. Hast du ja, er hat immer noch den Inferno drin. Oh Mann. Ich komm halt mit meinen Karten gar nicht richtig durch. Ja, das stimmt schon. Okay, mit meinem Deck hab ich dann doch eigentlich schon ein bisschen Glück gehabt. Also ich kann halt echt ganz gut mit Doppel-Prince durchpushen. Ist ja auch momentan eine sehr, sehr starke Taktik. Ja, auf jeden Fall. Die ist ganz gut auf jeden Fall gerade. Und dann schon wieder die Walküre hier gehen. Die können halt meine Barbaren nichts machen. Ich hab jetzt die einfach mal mit reingenommen, um irgendwie ansatzweise gegen deine Doppel-Prince-Kombo anzukommen. Und dann nimmt er einfach die Walküre mit rein. Nein, du kleiner Schlingel, ey. Ich würde Walküre eigentlich so gut wie immer mit reinnehmen. Ich finde, Walküre ist ein richtig guter Start. Ja, das finde ich aber auch. Damit kannst du eigentlich auch relativ gut Doppel-Prince verteidigen. Okay, jetzt hast du hier noch den Pekka. Kann das sein, dass du den gerade gar nicht gesetzt hast oder so? Äh, nein, gerade eben bin ich da gar nicht zugekommen. So, okay. Ich muss gucken, dass mein Pekka nicht gefokust wird. Das ist jetzt so mein Ziel eigentlich. Ja, wow. Lol. Okay, jetzt hab ich grad aus Versehen meinen Minenwerfer gesetzt. Hehe. Ja, ist okay. Ich hab halt echt mit dem Inferno-Turm einen ziemlich guten Counter gegen die, gegen den Minenwerfer und gegen den Pekka. Vielleicht komm ich jetzt hier sogar direkt zum Drei-Kronen-Turm durch. Aber ich glaub, den werd ich jetzt hier leider nicht mehr bekommen. Aber hast du das Placement von meinem Minenwerfer gesehen? Der war schon krass, oder? Ja, das war auf jeden Fall echt ziemlich gut. Gut, okay. Das zapp ich an der Stelle einfach mal, damit wir hier vielleicht noch ein bisschen schauen machen können. Aber, ja, Warplayed ist ein gutes Spiel. Ja, gutes Spiel auf jeden Fall. Aber, mein, ich hab das Gefühl, meine Epic-Sunday-Karten werden irgendwie immer schlechter oder ich krieg da nie so ein gutes Deck zusammen. Ich weiß nicht, wollen wir noch einen Fight machen oder so einen kleinen Abschluss-Fight? Was sagst du? Können wir gerne machen. Ich werd, glaub ich, noch mal mein Deck komplett optimieren, sag ich mal. Und jetzt vielleicht noch mal ein bisschen was anderes ausprobieren. Okay, ich passe meins auch noch mal ein bisschen an. Ich glaub, so könnte das vielleicht noch ein bisschen besser funktionieren. Aber ich hab echt keine Ahnung. Ich muss halt auch irgendwas... Irgendwie muss ich ja den Kandidaten hier richtig mit einsetzen, sonst ist der halt auch vollkommen useless in meinem Deck. Aber ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns gleich im allerletzten Fight. So, dann sind wir jetzt auf jeden Fall im dritten und letzten Fight. Mal schauen, wer jetzt hier gewinnen wird. Wie gesagt, hab ich mein Deck jetzt hier nochmal ein bisschen angepasst und hoffe jetzt einfach mal, dass es auch gut funktionieren wird. Ja, ich bin echt mal gespannt. Hast du denn noch... Ah, ich werd's wahrscheinlich eh gleich sehen, ob du noch den zweiten Prinzen mit drin hast. Aber er kommt hier schon mal direkt recht stark mit dem normalen Prinzen durch. Andi, du hast, glaub ich, gesagt, du hast den normalen Prinzen ergänzt. Also von daher bin ich jetzt echt mal gespannt. Ich hab den, ähm, ich hab den Dark Prince ergänzt gerade eben, deswegen... Ach so, okay. Aber ich glaub, du hast da gerade irgendwas übersehen. Ach nee, du hast sie doch nicht übersehen. Ich dachte grad schon. Aber die haben jetzt schon mal einen ganz guten Schaden gemacht, auf jeden Fall. Das erste Mal ist ich damit so wirklich durchgekommen. Bin grad eben, war halt ja irgendwie gar nichts. Und er haut jetzt hier den Miner schon mal raus. Okay. Das ist jetzt die Frage. Ich kann ja grad mit meiner Valkyre nicht wirklich hier was ausrichten. Und ich glaub, der Turm fällt jetzt schon wieder. Oh Mann. Oh Mann. Du holst dir immer so früh einen Turm von mir. Und dann komm ich die ganze Zeit nicht zurück, ey. Unglaublich, Niklas. Ja, jetzt hab ich auch so ein kleines Russia-Deck, wenn man so sagen möchte. Ja. Mit dem Mine halt und mit dem Mini-Packer. Funktioniert eigentlich echt auch ziemlich gut. Ich überleg' gerade sogar echt, ob ich das mal in dem ganz normalen Live-Kampf ausprobieren soll. Weil eigentlich ist es ja echt ganz in Ordnung so. Ah, okay. Da kam der Sepp schon wieder. Ich hab gehofft, dass du den nicht mehr drin hast. Aber... Naja, naja, naja. Jetzt muss ich's wieder zusehen, dass ich hier irgendwie wieder deinen Prinzen verteidige. Der macht schon wirklich mit... In Level 4 macht er schon wirklich echt krassen Schaden. Das ist schon wirklich echt stark. Ja, auf jeden Fall. Besonders, wenn er natürlich im Sprint-Modus ist. Aber die Valkyre ist echt richtig gut, wenn man die Prinzen ganz gut irgendwie auffällt. Dass sie nicht mehr sprinten. Und dann die Valkyre dazu setzt. Kann man eigentlich Double Prince einigermaßen gut verteidigen, wie ich finde. Ja, ich hab jetzt eigentlich auch grad gedacht, dass du noch den Prinzen, den zweiten Prinzen, den dunklen Prinzen mit drin hast. Dass ich dann irgendwie mit einem Freeze da irgendwas reißen kann. Aber scheinbar hast du ja deinen Deck jetzt komplett wirklich geändert. Und jetzt ging meine Taktik schon wieder nicht wirklich auf. Naja. Ich kann nichts anderes machen hier. Mal sehen, ob ich hier wenigstens ein Unentschieden diesmal rette. Das könnte sogar echt sein. Aber wir kommen natürlich noch in die dreiminütige Overtime. Deswegen weiß ich jetzt nicht so. Ich kann natürlich immer so ein bisschen Schaden mit meiner Prinzen und mit dem Miner machen. Ich bin jetzt hier auch mit dem Baby Dragon durch. Ach, shit. Ja, wow. Da holt er sich schon wieder den Turm. Oh man, oh man, oh man, oh man. Ich glaub, dass es jetzt nicht so viel gebracht hat, weil die Zeit läuft jetzt grad eh ab. Und da zieht der Niklas mich hier 3-0 ab. Oh man. Oh man, ey. Also hast du den Freeze im Shop gehabt oder hast du den gerade noch reingetan? Den hab ich grad ergänzt, weil ich ja eigentlich, ich würde das ja so machen. Normalerweise kann man ja die Prinzen immer ganz gut kontern, indem man die freest und dann die Valkyre da mit reinhaut. Ach so, ja. Dann kann man die ja beide sozusagen damit eigentlich wirklich richtig nice wegholen. Aber da hast du mich ganz schön gelingt. Da hast du doch nicht mehr die beiden Prinzen drin. Ja, wie gesagt, hab ich mein Deck auf jeden Fall echt ganz gut umgeändert. Ja, ich würde einfach mal sagen, das war's denn jetzt mit dem Video, Leute. Checkt auf jeden Fall auch mal Niklas Kanal aus. Ich denk mal, da werden wir jetzt gleich auch nochmal ein Video aufnehmen. Und dann bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao. Tschüss.